Und da sind wir wieder, die Fortsetzung folgt. Das hört sich ja doof an, oder? Ja, finde ich auch. Ist egal, aber wir machen deswegen keinen Neuanfang. So, jetzt, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Achso, hier habe ich gepennt. Dann muss ich das Bett mitnehmen. Also wir fassen zusammen, das ist die dritte Hütte. Genau. So. Und du willst zu wohin? Ich wollte sterben, weil ich nicht mehr nach Hause finde. Ich habe keinen Plan. Also, hier ist das ja eigentlich schon mal perfekt zum Runterfallen. Das macht mich traurig. Mich auch, aber ich bin nicht mehr zurück. Tut mir leid. Ja, ab in den Tod. Ab in den Tod? Ja gut, mach einfach. So. Nein, ich überlebe. Tja, er überlebt. Y überlebt mit einem verkrüppelten Bein und muss sich für den Rest seines Lebens ... Nein, dann ersaufe ich jetzt. ... rufelnderweise vor den Zombies in Sicherheit bringen. Na komm. Ersaufen? Ja. Das ist ja voll brutal. So. Also, gibt ja Leute, die sind, ich sag mal jetzt nichts, ich meine dich jetzt nicht. Die sind zu blöd, um sie umzubringen. Die springen vom Hochhaus und ... Dann kann ich mich ja schon mal vergiften. Ah, vergiften und ertrinken gleichzeitig. Ja. Ja. Wenn das nicht sicher ist. Ja. Oh, die ganzen schönen Sachen. Kohle. Du kannst es ja noch anders überlegen. Eisen. Nee. Ist egal. Eisen. Holz. Bett. Naja. Geht nicht anders. Doch, geht. Komm mal. Ja. Ja, aber ... Zu spät. Okay. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Und wir sind wieder zu Hause. Mit einem Tod, aber naja. Ja, musste sein. Aber ich sag, dass man jetzt ein bisschen neiser im Text über das dich hört. Das ist so ein Winniger-Trick, Karajan. Ich spreche zu Hause im Mondwinkel. Ich mach dir das nicht nochmal. So. Jetzt sind die Abfallprodukte alles, was wir besitzen. Genau. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal wieder Holz sammeln. Nee. Holz macht mich stolz. Holz nicht mehr wohl. Holz. Mit der Hand. Ja. Ich würde jetzt demnächst hin und wieder eine Fackel hinsetzen, wenn du irgendwo hingehst. Ja, das werde ich tun. Zum Beispiel, ihr schon mal eine. Äh, ich hab keine. Okay, das war natürlich nur ein Test. Auf jeden Fall. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Holz. Oh, das war eine Playmobil-Bäumchen. Ich hoffe, das war jetzt keine Schleichwerbung. So. So. Das war der erste Baum. Dann nehm ich mir die beiden noch. Dann kann ich mir schon mal alles aus Holz machen. Also eine Spitzhacke für, äh, Steine. Genau, genau. Und eine Holz-Axt. Nee, überhaupt. Ja, wir brauchen alles neu. Und dann kann man ja auch dann wieder eine Steine-Axt machen. Und so weiter und so fort. Ach klar. Die Hülle. Wolltest du dich nochmal umbringen? Nee. Weil der Weg zur Hütte ist soweit. Ahahaha. So. Oh, wie viele Schafe hier sind, ne? Ja, ach, ich hab ja ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken, weil wir ungefähr 15 Minuten aufnehmen. Ähm, erzähl du mal weiter. Ich muss ja immer gucken, was los ist. Ich erzähl hier nur Mist. Also, ja. Auf jeden. Auf jeden. Auf jeden. Auf jeden Fall. Hauptsache hier schön nicht reinfallen. Hier vom Holz und dann Pam. So. Bam. Wie viel Holz hast du? 14 mit der Eiche und mit dem ganz normalen Eichenholz und Birkenholz. Birkenholz. So, dann nehm ich mir mal hier, mach ich mir mal und hier. Ach, wir haben ja heute sogar Musi. Ja, genau. Stimmt. Es fängt direkt mit Musi an. Musi. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Musikantenstadel. Ich sitze hier im Dirndl. Ist auch gut ausgefüllt. Ja. Ich sag jetzt noch nicht, auf welcher Seite. Was haben wir? Stöcksli. Stöcksli, genau. So, dann kommen wir uns mal... Auch schön groß in die Schweiz. Stöcksli. Dann machen wir uns mal hier... Erstmal eine Axt. Ich freu mich da auf, wenn wir dann irgendwann... Oder wenn du irgendwann Hunde hast und dann können wir... Dann können die apportieren. Kannst du ein Stückchen oben machen. Ja. So, dann... Und dann noch ein Schwert. Was fehlt denn noch hier? Holzachs? Ach, ne Schaufel. Ich würde nicht alles aus Holz machen. Aus folgendem Grund. Geh doch einfach irgendwo hin in der Nähe. Damit ich nicht wieder umringen muss. Aha. Und mach Cobblestone und mach's alles aus Stein. Genau, stimmt. Sonst... Das ist ja... So, hier ist auch Dreck. Holzspielzeug ist das. Ja. Von Brio. Ich hab eine Spitzhacke von Brio. Passend zur Holzeisenbahn. Hieß das Brio? Keine Ahnung. Weißt du nicht, Nell? Du hast immer nur gezockt. Mh. So. Das dürfte gleich aber auch reichen. Aber nicht mehr. Äh, Ofen haben wir schon, ne? Ja, genau. Stimmt. So, dann müssen wir auch... Also, damit's auch ein bisschen spannender wird. Obwohl, ist ja eigentlich spannend genug. Aber wir gehen dann auch bald in die Höhle, würde ich sagen. Ähm, wir müssten mal einmal gucken, ob die Monster an sind. Für später. Oh, ja, stimmt. Ähm, Option friedlich. Einfach, normal, schwer, friedlich, einfach. War das jetzt einfach? Oder wolltest du mich nur toll... Einfach, fertig, so. Ich wollte hier nur gucken lassen. So. So, ho, ho. Jetzt bitte einmal ein Steinschwert zum Beispiel. Genau. So, so. Und... Dann haben wir schon mal ein Steinschwert. Dann, äh, würde ich mal sagen, direkt mal so drei Steinspitzhacken. Ja, genau. Für die Höhle, die kann man immer gebrauchen. Genau. Hast du eine Steinspitzhacke, weißt du, was du hast. Ach, was mach ich denn? Ja, eine Steinax kannst du auch... Egal. Ach, Mann. So, so. Und dann nochmal zwei. So. Und die auch noch. Dann, was kann man... Und die kannst du aber auch stapeln. Woll? Nee, kann man nicht. Was? Ähm... Ach, nee, oh Mann. In welchem Spiel bin ich denn hier? Was kann man denn noch machen? Ja, was haben wir denn? Also eine Schaufel kann man immer mal gebrauchen. Für... Ja, genau. Für die ganzen Schaufel-Dinger, ne? Ja. Direkt mal zwei. Ähm... Eine, eine, eine Steinaxt. Eine Steinaxt? Warum eine Axt in der Höhle? Ich verrat's dir gleich. Ja, okay. Wenn wir drin sind und schon tot sind, ne? Mach ich dann auch mal zwei. Ich höre mir ja nicht so, der Sterber. Nein! Jetzt hab ich drei gemacht. Ach. Ist auch nicht so schlimm. Drei Äxte. Ähm... Dann... Müssen wir jetzt erstmal... ...noch ein Schwert machen. Ähm... Könnte man machen, ja. Ach. Schöne Schaufel. Ja. Finde ich ja auch. So, dann haben wir schon mal zwei Steinschwerter. Also warum noch Holz, zum Beispiel mit der Steinaxt jetzt fällen? Weil du brauchst viele, ähm, Stickys, damit du dann Kohle machen kannst. Ja, genau. Damit du dann Fackeln machen kannst. Ja, und dann... Dann muss man die nicht so sparen. Ähm, wir brauchen auch was zu essen, zu mitnehmen. Ja, aber mach bitte erst das Holz. Ja, ich wollt ja auch erst, ähm, ich wollt ja schon, ähm, also die Kühe schlachten gehen. Und ja. Dann bin ich gestorben. Also, dann hab ich's nicht mehr zurückgefunden. Äh, du bist nicht gestorben. Doch, dann hab ich's nicht zurückgefunden. Du hast dich umgebracht. Genau. Du hast dich, du bist ein Felsen runtergesprungen in eine Schlucht, hast dich vergiftet und bist ertrunken. Genau. Wenn das nicht mal ein qualvoller Tod ist. Ja. Das verlangt nach einer ordentlichen Autopsie. So. CSI Minecraft. Haha, CSI Minecraft. Wie viel Holz haben wir da? 33? Oh, ich denke, wenn das... Reicht so für drei Fackeln. Ja, und dann hab ich noch auch 21 Baumstämme. Die bringen ja auch immer Holz. So, dann brauchen wir jetzt Kühe und wir gehen nicht so weit weg. Ähm, ich würde ein... Wo ist die Hütte? Ne, ne? Ähm, da ist die Hütte. Also, ich bin ja immer noch so um Sorge um die Orientierung. Kannst du nicht irgendwie, bevor du in die Höhle gehst, schon mal so ein bisschen Kohle auftreiben, damit wir ein paar Fackeln hier drumherum stellen? Ja, Kohle. Wie soll ich denn jetzt an Kohle kommen? Ja, du musst ja nicht direkt in so einen tiefen Höllenschlund. Wo ist denn das Nächste? Ja, ich würde erst mal sagen, wir gehen schlafen, ne? Schlafen. So. Ja, da. Genau. Hier ist nichts. Ja, aber schwing doch die Keule, äh, die, 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 die... Okay. Pickaxe. Kann ja ein Feld dahinter, ein Klötzchen dahinter schon Kohle sein. Ja. Okay, also du verbrauchst die Holzspitzhacke. Genau. Oh. Oh. Ich gehe erst mal, ich will schlafen. Du geh schlafen? Ja. Gib den Monstern eine Chance. Nee. So. So. Ähm. Dann wollten wir jetzt weiter gucken nach Kohle. Gramm. Obwohl. Moment, du bist in die Höhle. Genau, ja. Vorher brauchst du aber Nahrung. Auch, ja. Und ich hatte nämlich, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich hatte Bedenken, wenn du jetzt irgendwie irgendwelche Kühe und Auerochsen auf der Weide suchst, äh, dass du dann wieder die Hütte nicht findest. Ähm. Und deswegen habe ich... Kann man verrottetes Fleisch vielleicht... Ach, wir haben ja eh keine Kohle. Aber kann ich ja mal zu Ende stellen, die Frage, ob man das braten kann. Dann hast du gebratenes verrottetes Fleisch. Und das vergiftet auch? Das ist auch vergiftet und dafür schmeckt es dann besser. Okay. Es schmeckt wahrscheinlich wie so... ... mit der Döner, den ich vor ein paar Tagen gegessen habe. Hä? 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 Wo war denn... Wo ist denn jetzt die Spinne? Welche Spinne? Die. Ach, ich höre sie ja. Hörst. Ja, die ist wahrscheinlich unter dir. So. Oh nein, ich will da nicht draufstehen, sonst kommt die mir direkt entgegen. Jetzt finden wir direkt einen Spinn. Toll. Jetzt finden wir direkt einen Spinn-Spawner. Das wäre ja auch nicht schlecht. Kann es alles geben. So. So. Und dann komme ich trotzdem nicht hoch. So. Macht doch eine Rollkrippe. Ja. Die gleite hinunter. Ich höre die schon. Also... Stell mal vor, die springt da runter. Was ist das? Ähm, wir haben keine Fackeln. Das gefällt mir nicht. Ja, aber das meinte ich ja. Aber ich glaube, ich sehe irgendwas, äh, kohliges. Na komm schon. Aha. Oh, direkt zwei. Die hat jemand mitgebracht, die Spinn. Na komm doch da hoch. Ja. Die sehen wir mal auf dem Mieser. Oh, direkt drei. Texture-Slash-Resource-Spec. Aha. Sie sieht spinniger aus. Haha. Die sind sonst nicht behaart. Ja, hör auf. So tarantelmäßig. Hehehe. So tarantelmäßig. Alter. Warte mal. Liegt's da mit Teller-große, Teller-anteller-große Spinnen? Ich mach das mal so. Knie hoch. Hüft hoch. So, jetzt können sie da schön hochkommen. Guck mal, wie die guckt. Ach, die brauchen ja, glaube ich, zwei, ne? Platz. Ich weiß nicht. Ach, Platz. Ich dachte, du meinst zwei Schläge. Och, Mann. Ja, geh doch ein Stück. Ein Schritt, ein Stück. Hör ich noch eine? Na? Ich spitze mal die Ohren. Ne. Ne. Und jetzt kommt ein Creeper. Kein Creeper? Ne. So, guck mal, ähm, nach... Kohle? Nach Kohle, genau. Ach, das geht ja da, da wieder raus. Ja, ich hab Angst. Ich will... Ne, wieso? Licht sehen. Oh, Mann. Oh, Kohle. Spitzhacke raus mit der Spitzhacke und rein in die Kohle. Sollte ein Creeper kommen, du hast ja in den... Warte mal. Da können wir uns ein... Kohle vielleicht... Ja. Nein, können wir nicht, wir haben keine Stöcke. Wie, keine Stöcke? Haben wir nicht. Ja, aber du kannst ja welche machen. Ich weiß. Brauchst du kein, ähm... Wie heißt das? Keine Werkbank für... Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab so Angst. Ja, dann mach dir noch eine Fackel im Inventar. Ähm, so, so. Genau. So. So weg. Schnell. Vor allem hast du vorher auch acht gehabt. Mein ich zumindest. So. Die Fackeln... Oh, super. Genau. Ja, immerhin kommen. Oh, oh, toll. Tja, haha, super Platz. Muss schon sagen. Ah, es ist so schön zu lästern. Ja. Man muss nichts machen, also wie gesagt, für diejenigen, die jetzt erst angefangen, die es jetzt erst zugeschaltet haben an den Rundfunkgeräten, glaube ich aber jetzt nicht, der LPY, der spielt und ich, äh, gucke noch ein bisschen zu. Genau. Schau ihm über die Schulter und sag mal was so zwischendurch. Sehr gut gemacht. Oder auch schlecht gemacht. Naja, das würde ich ja gar nicht sagen. Nee. Aber es ist auch ein bisschen Fackel, so, da hier, wo man schlagen will, also. Würdest du ja nichts sagen, ne? Nichts. Ha! Oh, Mann. Ha, 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 boah. Das war ein, äh... Oh, Mann, wo kommt der denn her? Hi, dein Freund. Geh weg, geh weg, geh weg! Das gibt es doch nicht. Es gibt keinen Creeper, der bei dir nicht explodiert. Nee, gibt's wirklich nicht. Hast du jetzt den Eingang zur, zur Höhle verschüttet? Ähm, nee. Also einen der Eingänge. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Weiß wo der ist? Nein, aber ich weiß, wo ganz viel Kohle ist. Hey. Heißsa, Hussasa. Und noch mehr Kohle. Jetzt kommt... Hat ja jemand mehr Glück, äh, äh, äh... Ich hab Verstand. Hm, 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 hm. Patati, patata. So. Also heute hab ich, ähm, kein Hustenbonbon, kein mein, mein, mein Salbeibonbon von letztes Mal. Hat er schon aufgelotcht? Ja, ganz genau. Nee, diesmal hab ich ein Chewing Gum. Hoffentlich hört man diese Schmatzen nicht zwischendurch. Also ich bin jetzt nicht so dieser, dieser Kaugummi-Kauer, äh, der so aussieht wie so ein Kaninchen. Gibt's da so manche Fußballtrainer. Die, äh, der, der Alex Ferguson zum Beispiel. Mhm. Ähm, der, der kaut ja, weiß ich nicht, so 15 Mal in der Sekunde kaut, ja. Boah, das ist aber schon... Boah, das ist aber schon... Also die Leute im Mio um sind oder so mit Verlängerung, Elfmeterschießen, ich mein, da... ...muss ich das Kaugummi fühlen wie im Schleudererwaschgang. Nee, na. Das muss ja schlecht werden, der Kaugummi. So. Ja, vielleicht jetzt mal so... ...wenn du die nächste Expedition machst... ...ins Tierreich zum Beispiel, dann... ...und zwischendurch mal ne Fackel setzen. Genau, das mach ich jetzt gleich auch. So, als Wegweiser. Ja. Jetzt werd ich erstmal... Ich weiß gar nicht, warum ich zur Höhe zu laufen. Fackeln im Sturm. So. So, ich guck mal einmal auf die Eieruhr hier. Ja, noch so zwei Minütchen und dann machen wir erstmal eine Pause. So. Ach, da haben wir ja... Also wie gesagt, die Folgen werden circa 15 Minuten dauern, plus minus 2-3 Minuten. Erstmal. So, dann machen wir uns erstmal ein 64er-Stack. Okay, ich erzähl das andermal. So, noch. Noch einmal. Und dann bleiben wir halt zwei Fackeln über. Genau die Fjoll. Noch, okay, okay. Ähm, kannst du bitte einmal ins Inventar gehen? Ins Inventar, ja, klar. Ich mische mich ja ungern ein. Aber, ach, ne, ich hab mich verguckt. Ich dachte, da werden so viele, äh, Stücke. Ich glaub, wir können uns einen Bogen jetzt machen. Drei Faden. Was braucht man noch für einen Bogen? Drei Faden. Äh, ja, und die Stücke. Ja. Ja, dann geh mal bitte in die Rappelkiste da. Ich glaub, das war so, ähm, so. Einen, den mittleren musst du, glaub ich, nach links machen. Ja, und dann... Und dann die Spinnenseidenfäden. Ja, wir haben einen Bogen. So, wie viele Pfeile hast? Ne, das war ja, bevor du abgekratzt bist. Nein, wir haben keine Pfeile. Ja, also Pfeile. Ja. Entweder durch Skelette. Mhm, oder. Dass das liegen bleibt. Oder, äh, ich guck auf die Uhr, Moment. Oder, äh, man braucht, äh, Hühnerfedern. Ja, die kann man auch aufsammeln von, von Totenmonstern oder von den Hühnern halt. Ähm, und, 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 wie heißt das denn nochmal gleich? Feuerstein. Feuerstein, ja. Ja, und dann Stöcke. Die hat man ja. Ich setze. Ja, und da du ja so in die Höhle gehen willst, willst du ja auch auf, auf Kies, äh, schrägstrich, äh, Gravel, schrägstrich Gravel stoßen. Ach, wir müssen jetzt unbedingt eine Pause machen. Ja, genau. Und das machen wir nämlich jetzt. Jetzt. Bis zum nächsten Mal.